hallo liebe freunde und willkommen zu einem neuen projekt willkommen zu einer neuen folge beziehungsweise zur ersten folge von another break in the mall was im prinzip nichts anderes heißt als wie wir bauen uns ein einkaufszentrum und zwar in klötzchen optik dann legen wir mal los start without tutorial der toril brauchen wir nicht und dem fall verlassen die sandbox options die standardoptionen lassen wir mal wie sie sind und stürzen uns ins vergnügen start aha da geht es auch schon los wir haben einen handwerker in einer dreimal drei handwerker bude okay wir haben hier schon eine anzeige new objekt okay wir haben wir haben wahrscheinlich schon wir haben anscheinend schon ein reward erfüllt open business jawohl ich habe ein geschäft eröffnet ganz klarer fall oh oh wir haben platz wir haben platz muss man sagen sehr gut wir haben vier parkplätze wir haben eine straße wir haben ein kleines häuschen was man hier sehen kann das ist praktisch maintenance center das ist praktisch der hausmeisterraum und der wird dann hier auch gelb hinterlegt und ist praktisch null so wie hier auch okay das heißt wir müssen bilden und zwar bilden wir von dations weil wir im prinzip ein gebäude haben möchten und zwar machen wir die foundations mal von der ecke auch was weiß ich so viel cola machen wir mal irgendwie 20 x 20 kostet 28 kostet 80.000 dollar so dann sagen wir mal rein okay das wird jetzt dann weil hier oben kann man beschleunigen hotkey 40 und ehrlich los aha er baut also foundations mit einem akkuschrauber und parkinson hat er auch beziehungsweise sie lippenstift ist ja drauf okay während sie da klöppelt können wir ja hier mal schauen nichts okay das ist der bedarf der ist moment null weil wir im moment kein geschäft eröffnet haben offiziell was haben wir hier research also das sind die 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 was wir so erforschen wir erforschen gerade die basics und hier werden gezählt werden hier die stunden status 7 von 24 stunden wenn wir 24 stunden im spiel also hier diese stunden hier oben 24 stunden da waren dann haben wir das hier praktisch erforscht und haben dann the base research also praktisch alles mögliche kann man hier erforschen zum beispiel hier früchte fleisch fisch milch was weiß ich die shirts irgendwann restaurant cinema aber eins nach am anderen wir müssen erstmal hier fertig werden oh da ist der zweite aufgetaucht wie heißt denn du hallo hallo moria silva 36 36 ist die so sieht hier aus die hatten kind working hunger geht hoch later trades ok hallo weitermachen was dauert denn da so lange sagen wir hier schon wieder ach so das ist noch also den habe ich noch gar nicht weggeklickt ok hier ist rot customer on site ja wir haben im moment keine customer also keine besucher weil es kein geschäft gibt vier parkplätze einer benutzt jawoll sales gar keine profit minus ja und schichtwechsel um 22 uhr schichtwechsel moment den schicht das können wir nämlich auch steuern und zwar hier bei stuff wir haben nämlich drei stück die henna moria und christina wir haben nur frauen als hausmeister das ist ja hallo also die macht von 7 uhr acht stunden lang die macht von 15 uhr acht stunden lang die macht von 23 uhr acht stunden lang somit haben wir den tag wie man hier an der geraden linie sieht komplette 24 stunden abgedeckt ist aber ganz schön wenig wenn hier nur einer so einer so am klüppeln ist klüppel 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 ich würde sagen wir stellen direkt noch einen zumindest am tag am tag stellen wir noch einen jane putzfrau kann man ja auch noch wir haben jetzt ein mann anheuern hier außen außen komm ran du arbeitest auch von sieben bis acht und acht stunden lang wo bist du ach so ist noch nicht sieben sechs da ist er moment ich mache ein bisschen langsamer hier ist nämlich irgendwas completed die basics ok gut dann mal weiter keine müdeigkeit vortäuschen ok wir haben jetzt praktisch eher den rahmen als grundriss wir brauchen natürlich eine wall noch als abtrennung weil wir brauchen einen lagerplatz den baum hier gleich neben geht direkt daneben nur will ich mir da die möglichkeit nicht kaputt machen hier eine straße zu bauen und zwar ist das hier ein bisschen schlecht platziert das auto das ist da weg hallo kann da bitte einer hingehen kann ich prioritäten festlegen hallo 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 ja dann macht erst fertig macht erst fertig ist ja eh schon fast fertig faulen schweine moment was steht da oh es werden parkplätze vermisst oh das auto steht auf dem gras leute es wird noch viel schlimmer hier kommen jetzt eine straße hin so bitte baut mir eine straße bitte 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 schön mit presslufthammer eine straße dahin gehammert genau beton brauchen wir nicht aber das wird aber laut wenn ich ran zoome beton brauchen wir nicht das wird so lange gibt gerüttelt das zeug bitte hart wird dann ist das eine straße wunderbar wunderbar so jetzt haben wir offiziellen straßen parker ne okay wir wollten jetzt noch mal von dations machen für ein für ein lebensmittellager was jetzt gar nicht machen wir das erstmals so kostet wieder 10.000 was soll es wir haben es ja dicke so und dann können wir ja gleich schon weiter planen wie kommt keiner satz hallo hallo wer ist jetzt dran 23 15 uhr du bist dran wieder sind doch ach so da waren jetzt keine parkplätze frei und dann kommt die einfach nicht kann doch nicht wahr sein jetzt haben wir eine ganze schicht unbesetzt ich wollte doch noch parkplätze bauen aber wie denn wenn keiner da ist manu manu und ich jetzt eine ganze schicht gar nichts tun manu 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 mieter bitte bitte komm doch wann kommt denn 23 23 100 da haben wir schon fast wieder was erforscht ja 15 stunden von 96 na dann mal los gas 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 ja da ist ja du bist nicht so faul du bist nicht so faul hat lob ich mir ja wer bist du christina roll die alte point könntest du die alte point moment ich mache mir die zeit ein bisschen langsamer ich muss jetzt hier wir bauen jetzt hier mal bevor die sich wieder beschweren brauchen wir mal hier mitarbeiterparkplätze nee wo man die straße erst mal da lang da können wir nicht okay da lang bauen und dann mitarbeiterparkplätze da so zum beispiel stresse los jetzt und dann also da können wir gleich die türen planen roadwork nein wir brauchen objekts natürlich müssen wir das lager trennen also hier kommt noch eine wand rein so dann brauchen wir objekts wir brauchen eine double door also eine doppeltür für die kunden die machen wir hier mal zentral hin dass die kundschaft auch rein kann dann brauchen wir eine staff door also nur für mitarbeiter machen wir mal nach da nach da und nach da dass der hausmeister da zugang hat da oben kommt zulieferparkplätze hin die können wir nämlich auch schon dahin basteln und zwar loading zone die kommt dahin da wird dann angeliefert ja genau da wird angeliefert so die tür hat sie noch nicht gemacht ähm können wir den genau wir können schon der egal und so aufbauen aber da können wir uns gleich darum wir will erst mal die ganzen straßen und so fertig haben da kann noch eine straße hin die straße können wir hier was habe ich denn da ein loading zone will ich da nicht hin straße kommt da oben hin und hier setzen wir die straße fort und jetzt aber auch mal schneller freunde los 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 und 1 und 2 und 1 und 2 ist zwar dunkel draußen aber du schaffst das schon man wird die laut man wird die laut hier wichtig ist der mitarbeiterparkplatz komm mach den schnell fertig sonst kommt da kommt da der eine wieder nichts arbeit los 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 oh da kommt da in letzter minute fertig stellt der feld der fängt nämlich um sieben an glück gehabt glück gehabt so wir können das nämlich schon kennzeichnen und zwar assign damit liegen wir fest welcher bereich für also was darstellen soll welcher bereich bereich wofür ist und zwar sagen refill wir wollen ein bereich füllen und zwar store ladengeschäft da klicken wir das an dann ist das unser store deklariert als store und dann brauchen wir noch ein storage dafür ein lager so und dann müssen wir hier beim manage den store auswählen und wir müssen den store ein lager zuweisen und das machen wir nämlich da und wir weisen dem lager nummer zwei zu zack jetzt steht das hier nämlich auch es sein storage storage 2 das ist nämlich dann fertig hier stehen noch mal die öffnungszeiten von dem geschäft die können wir auch festlegen lassen wir aber erstmal wie sie sind fangen um neun an und hören um fünf auf so ok gut das ist der zulieferparkplatz aber die liefern logischerweise noch nichts an weil hier arbeiten noch keine mitarbeiter hier sind noch kein regal hier wird nichts verkauft und unten rechts sehen wir auch was uns da noch fehlt und zwar counters also kassen es fehlen regale uns fehlen kassierer und uns fehlen lagermitarbeiter das gehen wir jetzt mal an moment bild objects so wir nehmen erst mal zwei kassen die bauen war mal hier in die ecke einmal zweimal ja erstmal zwei können wir ja beliebig erweitern nachher wenn wir uns da den platz lassen dann würde ich jetzt einfach mal sagen wir fangen wo das stehen auch schon die artikel wir haben ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun sieben elf zwölf 13 artikel die auf das book food shelf passen wir haben okay also wir bauen erst mal davon 13 stück auf kriegen wir die denn alle hier rein das ist die frage müssen wir halt irgendwie ne okay wir fangen meine ecke an eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zwölf 13 eine lücke und hier können wir im moment eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun neun produkte können wir für dieses regal das shelf ist ein ganz normales shelf also eins zwei drei vier fünf sechs sechs sieben acht neun stopp neun das soll uns erstmal reichen aber ich glaube da werden uns die kassen nicht reichen eventuell das heißt wir bauen jetzt mal eine kasse dahin mal gucken ob wir sie benutzen wir brauchen ja erstmal kein mitarbeiter dafür einstellen aber wir werden sie brauchen ach so hier gibt es noch eine gefriertruhe da gibt es auch noch drei artikel brauche ich auch gleich schön als wild durcheinander ne ich will durch nur 1 2 3 4 tun für den tisch haben war erstmal nur ein produkt freigeschaltet der tisch kommt dann dahin ok jetzt warten wir bis die das fertig geklöppelt haben die lieben leute die regale sind fertig die leute langweilen sich das darf nicht sein die bauen jetzt nämlich kundenparkplätze ohne punkten parkplätze läuft hier nämlich gar nichts so dann bauen wir noch mitarbeiter parkplätze hierhin so hier kommt die garbage pick up zone hin und zwar bedeutet das dass wir logischerweise hier auch müll sich ansammelt den können die mitarbeiter hier abladen und der wird dann von einem müllwagen selbstständig abgeholt brauchen war dringend jetzt ist halt die frage wie lange wollen wir das geschäft eröffnen ich würde sagen wenn wir jetzt um 6 uhr anfangen dass auch jeder der früh aufsteht seine brötchen bekommt und wir haben das geschäft offen bis 22 uhr dann sind das zwei schichten je acht stunden ja das müsste hinhauen dann müssten wir jetzt nur noch warten bis die parkplätze fertig sind weil ohne parkplätze kommt hier kein kunde rein also warten wir auf die parkplätze und können dann mitarbeiter einstellen und dann wird das geschäft auch automatisch eröffnet also zumindest hoffe ich das ein bisschen wir sehen guck da ist nämlich jetzt das p drauf da park nur die mitarbeiter vier parkplätze da kommen auch noch mal welche hin und hier auch noch mal und die kundenparkplätze haben sie natürlich machen sie natürlich zuletzt fertig klar kundes könig versteht da so aber während die da jetzt während die da wer ist das die gute alte moria moria wie geht's dir morgen haben viel arbeiten ja viel zu tun ja ja machen wir weiter also während die da arbeitet nicht können wir ja mal die regale bestücken beziehungsweise nicht bestücken zumindest was zuweisen also hier kommen getränke hin so da wasser und saft so dann machen wir einfach mal der reihe nach süßigkeiten was haben wir hier noch dosen würden für den frühstücks gedönt für snacks cookies oder mal da noch red verpacktes blöd irgendwelche soßen reis und irgendwas pizza was klappt pasta coffee und tea und tiernahrung auf den tisch ganz klare sache frisches brot was steht hier aha healthy and beauty toilettenpapier tampons tampons echt jetzt na gut na gut das lassen wir unkommentiert ähm da noch mal hin da noch mal hin es ist so leise geworden alle parkplätze schon fertig da noch mal hin car tools car tools haben wir auch spielzeuge haben wir auch die kommen hier rein ach kann man auch nur getränke reintun ja da haben wir halt noch gekühlte getränke man wird so als kumm so okay auch da arbeitet die ach wenn ich da weg scrolle hört man die nicht mehr wenn ich da hin scrolle ahhh wer bist denn du hast du schon ja christina christina die 45 jährige christina mit dem presslufthammer die arbeitet ja schon lange für uns bekannterweise die christina die gute alte 45 jahre auf dem bau also guckt die aber auch 45 jahre auf dem bau das machen wir schneller jawoll jawoll oh ist das laut ist das laut don't be so laut oh hier geht licht an wenn sie fertig ist geht licht an zack zack achso hier wollte ich noch eine straße machen straße straße versteht er? straße w w w w w w w w Vielen Dank.